UNTERTITELUNG 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 Where's the needle? Where's the needle, he says? It's right here. The needle's here, ladies and gentlemen. We're just making the needle that's not very good, but let's see what happens. That's a good needle now. Wasn't very good before. The needle's here. I put thread through the needle. I'll keep it here in the middle. I'll keep it here. I'll keep it here. I'll keep it here. We'll keep it here. Ja, das ist nicht so. Okay. Wo ist der Kiel? Ich werde jetzt auf der Kälte ein. Das ist der Kälte. Das ist der Kälte. Oh, das ist der Kälte. Das ist der Kälte. Ja, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Das ist, was er ist, hat er zu gehen. Oh, Sie haben die Frage, 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 wenn Sie esam squishy, Sie sagen, wenn Sie von diesem Fall sind, sind Sie umher würde über dem veryоды Zeitustrephabeten herbekommen. Wenn Sie weg die siguiente stage kommen zu diesem Fall, sind Sie dann nicht wegwerken. Wenn Sie wegondern die anderen Seite seamen würde, man wird dass sie bis hier abgehen. Okay, so that's, it's important that you, you do it right. See, it's hard to go, but if you go on the other side, you would really get stuck. Oh, you better watch. Yeah, no, Obama. Okay, so, let's go. 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 Is your name, Obama? Uh-huh. How we went to, we could do it. Okay. All right. All right. Okay. All right. Come over here. Come over here, sir. He'll show you how far you'll be there. Okay. Okay. It's got to be very careful. Watch, watch your finger. Just make sure. Just put it right through here. Yeah, okay. Will it work? Okay, now, now there's a... Right there, now? Right here, sir. Okay, watch. Oh, she's got it. Oh, she's got it. She's a strong young lady here. Okay. She can't pull it. Okay, now just pull it all the way through. All the way through. Oops. Okay. See, make sure. See, this thing can't be together too much, eh? Yeah. See, like that. See, the fur already started to go there. Remember what he said about the fur? Yeah. You make sure that the fur doesn't go through there. It'll get stuck. Okay, under there. Shibai. Like that, under there. Like that. You got to do it right. You can't make it good. You have to make it... You have to go underneath. When he says under, look at that. We made a... You made a... I made a knot. You shouldn't have made a knot. Okay. Wait, wait, wait. I'll take right there. Okay. How much do you have to do? You've got to try. I'll take a bit more. I'm running... I'll leave the... I'll take a bit more. Okay. I'll take a bit more. I'll take a bit more. Okay, here we are. Unter der Sie bei, ja Okay Wo ist das? Ja, das ist ja. Okay, 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 that's what you're doing right now, like that, like that, make sure the, the reason why this thing has to be straight when you take it off, you can go real fast, it won't take that long when you take it off, okay, that's it, be careful, be very careful, right there, one more, another one, there you go, oh, right there, oh, yeah, yeah, okay, okay, So I got to put a knot here. And then he's saying that a long time ago when they were doing this, because this is the way they made their living, this is how they're going to get their money, our elders were really fast and efficient and they knew exactly what they were going to do. They knew that they had to do it fast. My dad used to have about 20 beavers in the evening and he would have it done in the evening. Cut the thing up and he would have everything done that evening and sometimes even more. And that's what he's talking about. That was long time ago. I got to do it right. See look, do you know why it's like this, when you want to just pull this thing up and then you've got two, okay I'll show you, what you do is when you want to be able to tighten this after, what you do then you do it like this, pull it right through, like you see. Pull this one through and then just kind of snug it up right against the, right against the board and then, again right there, see it, see this thing here, see where it is, and you just go like that. And the reason why you have an extra line here, if you need to move it around, you've got this line to let this go or tighten it. That's why you've got an extra line here. Once when you're done, it's up to you whether you want to cut it shorter or leave it. For the next one you want to get a bigger one, then you use more of this. Or less, if it's smaller, you use more. If it's bigger, you need less. Okay? Out. Okay. Right there. Okay. Right there. That's it. That's it. I'm gonna, excuse me. Okay. All right. Yeah. Okay. Okay. All right. Okay. Mie, nachsache. Mie weh? Mie weh. Oh, da ist ein Nilo. Das ist ja. Das ist ja. Ich weiß, dass ich das noch ein halbieren muss. Nein, das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja, was wir denn? Das ist ja. Das ist das. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wie ist das? Das war's für heute. . . . . Ich habe schon eine Abwechslung. Wir haben einen Abwechslung mit der Abwechslung. Wir haben eine Abwechslung. Dann haben wir das ein Abwechslung. Und wir haben ihn nicht gemacht. Wir haben noch nicht gemacht. Aber wir haben hier eine Abwechslung. Wir haben damit eine Abwechslung. Ich bin Corona-Diesel. Ah, Bissershow. Ich bin Corona-Diesel, und ihm dann habe ich das beschlego. Oh ja, so ist es aus. Ja, wenn ich es kümmere. Auch wenn man einen Schritt zurückfährt es kommt. Wenn ich immer. Du eitig, was du? Du gehst ja auf, wie? Ja. Anson, was du hier? Du gehst ja auf. Ich bin da nach netten. Bis zum Kuck. Ich bin hier auf. Ich bin da nach netten. Sie sind in der Galatischen Begratung. Ja, ja. Und dann kam er schon wieder an der Gäste. Ja, das war der Gäste. Mir geht noch nicht. Es gibt noch nicht die Gäste. Es gab auch noch nicht. Ich bin ein paar Jahre alt, aber ich habe mich nicht mehr davon gemacht. Ich habe ihn nicht mehr geführt. Aber ich habe ihn nicht mehr gemacht. Ich habe ihn nicht mehr gemacht. Okay, okay, I'm done. Okay, okay, I'm done.